für so ja ja wir haben es die selbe Zeit wie vorhin also bei den anderen Blades of Funtiles gleich dieselbe Zeit, halt nur noch einen anderen Tag hochgeladen gut wir spielen wieder Mars, Hunter und sehen mal jetzt zu wie es jetzt funktioniert ob wir uns jetzt ein bisschen besser anstellen was den Angriff betrifft das ist schon Oberassi besser das ist eigentlich das Schlimmste was du haben kannst so in den hessischen Leben ja so wieder auf Höhe gewinnen und süchtig gucken PB5 PBJ auf der Linie hat diesen relativ schwach U88 gut und ihr habt in unserem Viewfinder wie sehen könnt hier der MK 6C hat Torpedos mitgenommen das ist extrem fail so na egal so dahinten sehen wir was ab wie sehen könnt die drei kleinen Punkte und das sind die Bombe was mal in Höhe gewinnen hier dann krallen sich die ganzen Bombe so gut es geht so so da jetzt 知道 die 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 das 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 ist das ist ich weiß nicht das ist das ist es kann jetzt nein das abgetreten dann das schlussflug, das bringt mir jetzt gar nichts gehen wir mal auf die pp greifen die von oben an und dann greifen wir uns über die Hände So was machst du denn? Du fliegst einfach mal raus das ist gut dann wollen wir mal dich zu fetzt mal gut 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 auf geht's auf geht's und wegdrehen weil dann nicht direkt hinter die pbys und setzen wie gesagt setzen die schniemasse direkt hinter deinen bombo dass du müsste was machen könnt genau deswegen immer wieder in den schlussrück gehen anschießen und abtreten zum trennen haben wir uns mal gebracht oh er dreht ab das ist schlecht was geht er doch was geht er doch das geht jetzt mal weil der geht es nämlich gerade schnell bergab so treibstoffdang ist bestätig das ist gut was macht er jetzt aber fliegt er jetzt hin oh meine munitionsleine wohl das brennt er schon auf beiden Seiten dann das ist gut da dreck ich muss nachladen sehr schön so den Hammond gut noch mal gut es ist es ist es ist es ist die die es S 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 es ist es ist es ist es ist es ist die ich es die 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 es ist es ist es ist es ist mensch abdrehen wohl holen die fängt das ist das was es und st es ist und zack ist es ist Die B5C. Nee, okay. Die wird nicht sterben. So, ja. B36, die kommt wohl nicht weit. Ist das... Irgendein Flugzeug war es abgeschossen. Ich fahr durchfahren. Oder es war 20, nee. Die war offensichtlich jetzt. Ja, sieht's aus. Stammeldeck ins Boden. Ja, frap. Wunderbar. Ach der. Kommt doch klar. Soll ich schmerzen? Ach, okay. Er dreht. Nee, er dreht näher. Boah. Der hat noch keine Chance, Leute. Ha! Da sind genug Leute dran, ganz ehrlich. Na, brauche ich mich nicht im Auto zu kommen. Oh, B36. Der kommt zur Basis gefährlich nah. Da ist schon eine B40 dran. Und dann greifen wir uns jetzt aus. Die Flax, ist gut. Die Flax machen die nicht wirklich jetzt. Das ist eigentlich, äh, schlüpsel was machen kann. Das ist im Ding, ne, auf den Flax zu fliegen. So gut. Was machst du gegen jeden Opel? So gut. Bisschen deutlich aufhört. Treffung. So, wunderbar. So, Abschlusshilfe. Na gut. So gut. Ich hab' ihn jetzt mehr erhofft. Ah, der hat das Bombo aber noch mal. Da kann er uns Bombo jetzt schnell. ich bin ich kann mich ganz genau denken wo er lang fliegt ich muss das doch ich denke gar nicht erst was für Irrspiel irgendwas was fliegt eigentlich hinterher? das ist sinnlos da fliegt mich im leeren Amt an und amt hier nicht abdreht sein Dreck ah, jetzt hätte ich nachschliessen können schon T-Rot so kurz nein lad nachhalter nein, du fress mich T-Rotel das sprecht sich denn ohne die Jagd ab nach dem Typen, ja komm get down Alter, da hängt jetzt auch Leute dran, ey, unglaublich so nächste Flieger nächstes Glück da das ist total egal, der war's unglaublich oh, ja, wir haben so'n Pipi das ist noch einer, oh, scheiße, das ist ein schwer ähm ähm, auch und den der Kanonen hat, das weiß ich nicht mehr das ist der Kanonen hat hier das ist ein Kollege der A6M2 wir gehen mal aus der Schussbahn raus, danke okay ach, nein, ich hab' abgeschossen, Scheißer so, mein Freund wegen dir war all das mein Kollege gestorben nein, wieso KCM Leute, ey hier, das meiner jetzt B36 ist meine der gehört mir so, ich werd' etwas verspeisen 400 Schuss, Scheiß, das reicht nicht komm schon, komm schon 200 Schuss noch Ja das, was ich denke scheiße, warum das ist noch ja und Abschiedshilfe auf 4, ne ne nee, ne picoein tym klackneck es ist es ist es ist sie die 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 tsch 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 er ist da er braucht eigentlich nicht mehr verfolgen Oh! P36 schon geboren ne, er hat er hat ok, äh verfolgt Hilfe immer noch ne oder? F2A ich helfe dir du, jetzt mein Freund nicht, das kannst du knicken tsch 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 t t t es ist nicht nach gut ich heiße gut die 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 abschüsse und ja ja Ja, schön. Wunderbar. Okay. Bis dahin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ach, haben wir mitbekommen.